Sie hören eine Kostprobe des Sales Up Call, dem Weckruf für Ihren Vertrieb. Herzlich willkommen zu einem neuen Sales Up Call, diesmal mit dem Thema Frauen im Business. Und dazu habe ich mir jemand eingeladen, der über dieses Thema mit Fug und Recht sprechen kann, nämlich Gabi Graupner. Gabi, wir kennen uns aus der GSA. Du bist eine Präsidentin der GSA gewesen. Du bist heute Ehrenpräsidentin, also wirklich maßgeblich in diesem Verband. Hast es dazu, ja, hast alles erreicht, was man erreichen kann in diesem Verband. So einfach lässt sich das ausdrücken. Du hast dich spezialisiert auf das Thema Schattensprünge. Deine Herkunft hat was damit zu tun, sich zu lösen aus einer schwierigen, engstirnigen Religionsgemeinschaft in diesem Fall. Du hast schon öfter mal über deinen Schatten springen dürfen. Vielleicht erfahren wir das nachher auch noch. Da gab es einen Vorfall, der hat was zu tun mit Schmuggel von Menschen. So geheimnisvoll werde ich das mal anmoderieren. Du bist heute Keynote-Speakerin. Man kennt dich als jemand, der sich auf die Bühne stellt und dort wichtige Dinge verkündet. Und jetzt geht es darum, dass die Ladies manchmal sich selber im Weg stehen. Und deine Aufforderung heißt, springt über euren Schatten, Schluss mit der zweiten Reihe. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir, Gaby Graupner. Hallo Stefan, ich grüße dich und danke dir. Lass uns gleich mal einsteigen. Gerne. Du hast gesagt, dass die Aufforderung lautet, Schluss mit der zweiten Reihe. Warum wollen Frauen in der zweiten Reihe stehen? Ich glaube, sie fühlen sich da manchmal etwas sicherer. Und so sehr wir heute und wahrscheinlich auch schon die letzte Generation, also Generation Z, unsere Kinder selbstbewusster erzogen haben, unabhängig davon ist doch immer wieder dieses Gefühl da, dass man in der zweiten Reihe sicherer ist, dass einem da nichts passieren kann. Und ja, dass man da nicht so viel Verantwortung übernehmen muss. Und Frauen haben auch oft das Gefühl, da muss ich noch erstmal eine ganze Menge lernen und dann könnte ich das irgendwann mal machen. Okay. Also du sagst, dass Frauen eher als Männer dazu tendieren, da so ein bisschen ihr Licht unter den Scheffel zu stellen und sie ein bisschen zurückhaltender zu sein. Wenn man sich mit Persönlichkeiten beschäftigt, dann gibt es dafür sogar vielleicht eine Erklärung. Also das liegt nicht nur in der Sozialisierung, sondern offenbar tatsächlich auch in den Genen sozusagen, also in der Gehirnfunktion, dass Frauen tendenziell weniger gerne in Konflikte reingehen und weniger gerne sozusagen die Ellenbogen auspacken und sich durchsetzen, als das zum Beispiel bei männlichen Gehirnen der Fall ist. Könnte es auch damit zusammenführen? Ja, ich habe den Eindruck, dass es auch etwas mit, ja doch schon mit der Sozialisierung zu tun hat, dass wir jetzt einen Gendefekt im Gehirn haben. Bitte jetzt in Anführungszeichen. Das möchte ich so nicht unterschreiben. Aber wir haben einfach andere Erfahrungen gemacht. Wir haben nach wie vor die beste, tollste Freundin immer. Zumindest die meisten Frauen haben das. Und die beste, tollste Freundin heißt, wenn die beleidigt ist, bin ich einsam und verlassen. Jungs haben ihre Kumpels und die Betonung liegt auf dem S, nämlich der Mehrzahl. Und wenn mal einer beleidigt ist, woher oder hat Pech gehabt, dann ist er halt nicht dabei, wenn es darum geht, dass wir jetzt unterwegs sind und irgendwas Lustiges gemeinsam machen. Und deswegen achten Frauen schon als Kinder immer sehr darauf, dass sie eben ihre beste Freundin erhalten. Das ergibt, dass sie die Harmonie lieben, die Freundschaft lieben, die Ruhe in der Beziehung lieben und möglichst keinen Krach und keinen Stress haben möchte. Und ob das jetzt unser Gehirn steuert, also da fehlt mir schlichtweg die Ausbildung zu, um das zu behaupten. Aber da es ja Frauen gibt, die das super gut hinkriegen, müssen wir im Gehirn wohl alles dabei haben, damit uns das auch gelingt. Es ist meiner Meinung nach schon Erfahrung, Einstellung und auch eine Frage des Willens. Was ich damit sagen wollte, war, dass es ja verschiedene Persönlichkeitsmerkmale gibt. Und die Persönlichkeit könnte man sich so vorstellen wie das Betriebssystem für unser Verhalten. Also man kann auf einem Macintosh-Computer eben bestimmte Dinge einfacher herstellen als auf einem Windows-PC. Aber trotzdem gibt es die meisten Applikationen, Excel, Word, Photoshop, gibt es für beide Plattformen. Also man kann das Verhalten auf beiden Betriebssystemen herstellen, aber in dem einen Fall ist es halt etwas aufwendiger, etwas schwieriger. Und das heißt, wenn man jetzt reinguckt in die Persönlichkeit, dann ist es de facto so, dass in der Betrachtung aller Menschen, die jemals einen Test nach dem Big Five oder Ocean-Modell gemacht haben, ist es tatsächlich so, dass Frauen bei den Werten Volatilität und Rückzug, also Rückzug insbesondere, Rückzug ist die Tendenz, sich angesichts schwieriger Situationen eher zurückzuziehen und eben nicht standhaft zu bleiben. Im Vergleich zu den Männern ist der Rückzugswert bei Frauen um ungefähr 10 Punkte erhöht. Also 10 Punkte mehr. Das heißt, Frauen tendieren eher dazu, dann doch nicht in den Konflikt reinzugehen, dann doch nicht sich durchzusetzen, dann doch nicht zu kämpfen. Das könnte schon auch eine Erklärung sein, das heißt aber nicht, dass es auch Frauen gibt, das sehe ich ja, wenn ich hier dieses Testergebnis öfter mal bespreche, die einen deutlich höheren Wert haben bei Rückzug oder einen deutlich geringeren. Also das heißt, die stark abweichen von diesem Mittelwert. Das Ocean-Modell ist ja, wie sagt man so schön, der neue heiße Scheiß. Das heißt wahrscheinlich, in dem Moment, wo wir diese Sendung ausstrahlen, ist das auch schon wieder sehr viel bekannter, als es im Augenblick ist, zur Zeit der Aufnahme. Und da gibt es sicherlich neue Erkenntnisse. Es geht wohl sehr, sehr tief und es ist wohl kein so ein oberflächlicher, wie soll ich sagen, Frauenzeitschriften-Test sowieso nicht, aber auch nicht so oberflächlich wie viele andere Persönlichkeitsanalysen. Test ist sowieso schon ein dramatisches Wort. Ich würde sagen, Analysen. Jetzt ist es aber so, es gibt ja auch Völker, die so funktionieren, zum Beispiel asiatische Völker, die ja auch eher erst mal den Rückzug machen, die Kräfte sammeln und dann losschlagen. Ich halte den Rückzug im ersten Moment mal für keine schlechte Idee, gerade wenn es dazu dient, zu sagen, ich sammle mich, ich gucke, wo meine Stärken liegen, ich schaue, wo meine Verbündeten sind und dann ordentlich loszugehen. Das kann schon sinnvoll zu sein. Sich wie ein Hero, und Männer neigen zumindest laut Filme gelegentlich dazu, sich so zonestmutig in die Waffe zu stürzen, hat halt auch manchmal Folgen, die ich nicht mit aller Gewalt unbedingt erleben möchte. Also es gibt ja keinen richtigen oder falschen Weg. Es gibt ja immer nur wieder diese Frage, ist denn das, was ich gerade tue, dient denn das, was ich gerade tue, dem, was ich erreichen möchte. Und das kann durchaus auch ein kleiner Umweg sein, solange ich mein Ziel von dem, was ich immer erreichen möchte, nicht aus den Augen verliere. Wenn Ihnen das gefallen hat, können Sie die komplette Ausgabe herunterladen unter www.salesupcall.de